Allein ins kalte Wasser springen, aufs Rad steigen, ohne Verfolger hinter sich, einzig die Vibration der eigenen Schritte spüren, den eigenen Atem hören. Es ist eine ungewohnte Zeit. Unsicher. Aber wir wissen, dass eine ganze Gemeinschaft da draußen bei uns ist. Und auch wenn wir uns gerade so fern sind, halten wir zusammen. Halten durch. Ausdauer ist für uns nun wirklich nichts Neues. Sie ist unsere DNA. Was wir tun. Tagtäglich. Weil wir alle eine Vision haben. Ein Ziel. Zurück nach Rot. Kannstäglich. Das ist ein Ziel. Das ist eine große Zises. Wir lassen uns. Und wir lassen uns. Das ist ein Ziel. Das ist ein Ziel. Ist das eine die Auld�are.